Innovation in der Buchbranche von heute ist, denke ich, vor allem muthaft. Keine Angst haben, neue Dinge wagen und ausprobieren, mal über den alten eigenen Schatten springen und nicht nur um die alten Dinge denken, sondern auch einfach mal sich neue, frische Leute holen und mit denen neue Sachen wagen und die alten aber dabei nicht lassen. Schließlich braucht man eine Basis, um die neuen dann umsetzen zu können.